Julian, den Fans hat nicht nur die Leistung der Mannschaft gefallen, sondern sie diskutieren jetzt auch ganz eifrig, was es für eine Torhymne gibt beim Heimspiel. Und ganz oben ist völlig losgelöst von Major Tom. Wie finden Sie das, wenn das so käme? Wäre das auch in Ihrem Musikgeschmack? Ich bin ehrlich, ich schreibe bei eigenem Tor immer so laut, dass ich das Lied tatsächlich erst sehr spät wahrnehme. Und dann klatsche ich ja mit gefühlt 30 Leuten ab. Dann ist meistens die Tormusik schon wieder vorbei. Ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass wir aus der Mannschaft heraus dafür sorgen, dass man die ab und zu mal hören kann. Die Tormusik, das ist das Bedeutende. Und dann bin ich relativ offen, was die Songauswahl betrifft. Könnte ein Tick leiser sein, das wäre super nett. Danke. Das Gefühl zu gewinnen ist unfassbar und das Gefühl zu verlieren ist absolut beschissen. Es gibt keinen großen Grund, wenn man ein Spiel gewonnen hat, braucht man nicht auch das nächste Gewinn, weil das Gefühl einfach ganz schön ist.